ok Was haben wir denn für Waffen noch? Mal gucken Aber ich glaube ich Anik nicht Anik nie Anik nie Anik nie Ja, Knüppel Wird er mehr schlagen? Was macht er jetzt da? Was macht er jetzt da? Anik nie Wird er mehr schlagen? Ja, es ist das Anik nie 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 Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen. Hebe ich da mit schneller tot Neh, der Knüppel sieht doch Neh, mal dem mal Übriglich damit schneller tot Oh. 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 Mal gucken, aber... Das war's. Was ist denn jetzt hier? Hör doch mal auf mit deinem Rummi-Hüppe. Was ist denn hier? 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 ıl стар! richtig gut bis jetzt wie ich denn was ab so da Was ist das schön? Warum gerade das alle denn? Oh, nice! Hm. Hat Energie Ja schon Ja schon Ah, okay. Ah, okay. Ah, keine Ahnung. Ich roll wohl immer in die falschen Richtung, oder was? Also, wenn ich rolle, kriege ich trotzdem, werde ich trotzdem zersäbelt vom Säbelhaen. Ich brauche mein Schild. Ich bin zu schlecht ohne Schild. Ich muss blocken. Was ist das da? Das ist wieder so ein komischer Donut. Genau. Ciao Ich kann rollen, kurz bevor ich dich treffen würde, ok So, jetzt lässt der mich hier auch wieder nicht vorbei Ach nee, ey Ich hör doch mal auf, hier immer im Gang nur noch zu stehen Okay, langsam Ich glaube, langsam ist hier noch Ich glaube Ich merke, wie ich unkonzentriert werde hier, es geht ja gar nichts mehr voran Kann ich mir wieder hochlaufen Oh, jetzt springt der aber noch So ein schmaler Hans und kommt trotzdem nicht durch Okay, kurz bevor er mich trifft Oh shit Okay Oh ho Oh shit Jetzt bin ich wieder Matsch hier in der Ecke Okay Also ich versuch's jetzt nur einmal, dann Denk ich reicht's erstmal für heute, viereinhalb Stunden Oh, was auch gut Oh, was auch gut Ich bin jetzt mal für heute, wenn ich schätze, dann wird die RTeX-K Er verbraucht halt aber auch so einen Schlag verbraucht dann natürlich auch halt richtig die Energie. Scheiß, Schwanz, Dreck, Mist. Ja, okay. Nee. Was ist das? Blit.